Das ist Ecki. Ecki ist Spezialist für preiswertes und umweltschonendes Bauen. Heute zeigt Ecki uns, wie man durch richtiges Renovieren die Umwelt und seinen Geldbeutel schont. So Ecki, wie kann man denn bei diesem Haus zum Beispiel beim Renovieren sparen? Hm, sehen wir uns doch mal die Fenster an. Die haben jetzt schon über 30 Jahre gute Dienste geleistet. Nicht einmal streichen musste man die. Und selbst nach all den Jahren kann man damit noch was anfangen. Aus den alten Fenstern kann man nämlich wieder neue machen. Das ist preiswerter, als sie wegzuschmeißen. Aus alten Fenstern kann man wieder neue machen? Wie geht denn das? Man kann aus ihnen wieder den Rohstoff zurückgewinnen, aus dem sie ursprünglich gemacht wurden und damit dann wieder neue Fenster herstellen. Das nennt sich Recycling. Und preiswert recyceln kann man nicht nur die Fenster. Auch den Boden, diese Dachbahnen unter dem Kies oder die Rohre, die hier gerade ausgebuddelt werden, kann man beispielsweise wiederverwerten. Na dann zeig uns doch mal, wie das Recycling in der Praxis aussieht. Na klar, bleiben wir als Beispiel dafür doch nochmal kurz bei den Fenstern. Zuerst müssen wir die alten Fenster natürlich ausbauen. Danach kann man sie ganz einfach abholen lassen. Dafür gibt es ein deutschlandweites Abholsystem. Oder man kann sie bei einer der vielen Sammelstellen auch selbst abgeben. Schließlich werden sie zu einer Recyclinganlage gebracht. Da kommt ganz schön was zusammen. Wenn die alten Fenster in die Anlage kommen, sind sie fast noch ganz. Dann müssen sie erstmal viele Stationen durchlaufen. Hier werden die Fenster in einem hochmodernen Prozess unter anderem Stück für Stück zerkleinert und die einzelnen Materialien, aus denen so ein Fenster besteht, voneinander getrennt. Zum Schluss bleiben schließlich nur noch diese kleinen Kügelchen übrig. Die nennt man auch Rezyklat. Dieses Rezyklat wird nun benutzt, um solche neuen Fensterprofile herzustellen. Und aus den Profilen lassen sich dann neue Fenster in allen erdenklichen Formen und Farben bauen. Und so oder so ähnlich geht das auch mit den alten Bodenbelägen, Dachbahnen und Rohren. Für jedes alte Produkt gibt es ein maßgeschneidertes Recycling-System mit Abholservice oder einer Sammelstelle ganz in der Nähe, an die sich die Handwerker wenden können. Der Bodenleger kann die Arbeitsgemeinschaft PVC Bodenbelag Recycling ansprechen. Der Dachdecker kontaktiert Roof Collect, Fensterbauer rufen bei der Revindo an und bei den Kunststoffrohrabfällen hilft der Kunststoffrohrverband, kurz KRV genannt. Und wenn man die Bodenbeläge, Dachbahnen, Fenster und Rohre auf einmal abbauen will, kann man die auch zu einer Sammelstelle für alle Produkte bringen. Ganz wichtig aber ist, dass die alten Böden, Dachbahnen, Fenster und Rohre entweder vor Ort oder bei der Sammelstelle getrennt sortiert werden. Denn das wird nicht nur so zum Spaß oder zum Zeitvertreib gemacht. Damit man zum Beispiel aus alten Böden auch wieder moderne neue Bodenbeläge machen kann, dürfen nämlich in die Recyclinganlage für Böden auch nur alte Böden und keine anderen Sachen rein. Deshalb gibt es für jedes einzelne Produkt auch ganz spezielle Recyclinganlagen. Für Bodenbeläge, für Dachbahnen, für Fenster und für Rohre. Und weil es diese unterschiedlichen Anlagen gibt, sind die neuen Produkte, die man aus den alten gemacht hat, auch so gut, dass wir sie getrost wieder einbauen können. So ein Rohr kann nämlich bis zu 100 Jahre alt werden. Der schöne neue Boden ist im Nu wieder sauber, wenn man mal gekleckert hat. Die Dach- und Dichtungsbahnen halten bei Wind und Wetter dicht. Auf so einem neuen Dach kann man sogar einen Garten anpflanzen. Und die neuen Fenster sorgen dafür, dass die Wärme im Haus bleibt. So spart man auch noch Energie, weil man ja weniger heizen muss. Schonen Sie die Umwelt und Ihren Geldbeutel. Alte PVC-Produkte gehören ins Recycling. Ihre Ansprechpartner sind für PVC-Bodenbelag die Arbeitsgemeinschaft PVC-Bodenbelag Recycling. Für PVC-Dachbahnen Roof-Collect-Recycling-System für Kunststoff-, Dach- und Dichtungsbahnen. Für PVC-Fenster Revindo Fenster Recycling Service GmbH und für Kunststoffrohre der Kunststoffrohrverband, kurz KRV. Weitere Informationen zum PVC-Recycling erhalten Sie bei der Arbeitsgemeinschaft PVC und Umwelt e.V. Wenn's drauf ankommt, PVC. festgetzie, noch ein Einflửiges Geräusch." Selvr, 85000 Köln Alle Köln